Die Karte ist ein Abbild der Realität. Es gibt Thesen, warum Kartenradiästhesie überhaupt funktioniert. Die würden auf Luftbildern basieren und es würden irgendwelche Photonen vom Luftbild auf die Fototrägersubstanz gehen und dann in die Karte und damit die Information und dergleichen mehr. Ehrlich gesagt, ich halte davon gar nichts. Ich denke, die Karte ist ein einfaches Realitätsabbild. Sie stellt damit eine Resonanz dar. In Wahrnehmungsseminaren arbeite ich ja über das Technical Remote Viewing einfach mit Zahlencodes. Diese Zahlencodes sind verbunden sozusagen mit einem bestimmten Ort. Früher hat man das einfach auch über die Koordinaten gemacht. Das heißt, unser Bewusstsein braucht eine Fokussierung. Letztendlich mute ich eigentlich gar nicht auf der Karte hier, wenn man so will, sondern an dem Ort, um den es geht. Und deswegen war es im Vorfeld so wichtig, euch wirklich mit der Karte auseinanderzusetzen, eine Resonanz, eine Beziehung zu dieser Landschaft aufzubauen. Welche Werkzeuge sind sinnvoll? Zum einen ist das diese geschmeidige Route, V-Route hier mit den Lächerwerten, weil die kann ich auch relativ kurz greifen und kann damit dann tatsächlich über die Karte auch gehen. Dennoch ist das ein kleines Problem, wenn man so will. Wenn ich hier über eine Karte gehe, über eine vermutete Layline, dann reagiert die Route natürlich verzögert und ich muss das von links und rechts eingrenzen und habe immer noch so eine Breite. Ich sage, da könnte das sein. Ganz ehrlich gesagt, obwohl ich es gerne immer wieder auch mit dieser Route hier mache und mit dieser Route hier arbeite, ist sie nicht das beste Werkzeug für die Kartenarbeit. Klar im Vorteil in der Kartenarbeit ist das Pendel. Warum? Weil ich hier sehr kleinräumig arbeiten kann. Ich kann also pendeln und kann zum Beispiel mit einem Finger oder einem Stift den Ort berühren, anzeigen und dann schauen, wann gibt es Reaktionen im Pendel. Also für die Pendler unter euch, das ist mit Sicherheit hier jetzt das richtige Werkzeug, während es in der freien Landschaft eher schwierig ist, oft mit dem Pendel zu arbeiten. Vor allem, wenn ich großräumig Begehungen machen will, wenn ich mehrere hundert Meter laufe mit dem Pendel, muss ich sehr, sehr ruhig laufen. Da tut sich die Route einfach leichter als das Pendel. Aber hier bei der Kartenarbeit, wo ich einfach stationär arbeite, da ist es durchaus richtig, mit dem Pendel zu arbeiten. Ein Vertikalpendel sozusagen ist ja die Einhandroute und die macht im Grunde was sehr ähnliches, was das Pendel eben auf der horizontalen Ebene macht, ja, auf der vertikalen Ebene. Also auch mit der Einhandroute kann man sehr gut arbeiten. So, weil ich aber gerne eben auch mit dieser V-Route arbeite, habe ich mir eine kleine Kartenroute gebastelt. Das ist nichts anderes als ein biegsames Material. Plastik, Kunststoff, Fiberglas geht auch zum Teil, da müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Pettichrohr ist sehr schön, ja. Jetzt habe ich hier so eine kleine Route, die einen wesentlich exakteren Ausschlag besitzt hier. Allerdings kann ich hiermit natürlich keine Grifflängenradiösthesie machen. Deswegen ist es von Vorteil, bei der Kartenradiösthesie gesammelte Testobjekte mit einzusetzen von den Phänomenen, die ihr bereits kennengelernt habt, die ihr in Natura erfahren habt, wo ihr am Ort einen Einstrahlpunkt, eine Leyline, eine Drachenlinie, ein Großraumgitternetz und dergleichen mehr gefunden habt und in ein kleines Fläschchen ein wenig Erde oder andere Schwingungsmaterialien sozusagen abgefüllt habt. Das kann ich jetzt mit in die Hand nehmen und kann dann, das ist jetzt hier zum Beispiel Hagerlzentrum, über einen vermuteten Bereich gehen und bekommen dann in dem Fall hier einen Routenausschlag. Also das sind unsere Hauptwerkzeuge. Große Route, Pendel, Einhandroute oder eine kleine Kartenroute, die man sich bastelt. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Schablone, ich lege mal was Weißes hinter, für ein Landschaftszentrum mit Ringen drumherum. Wenn ihr also das Gefühl habt, wie ich das vorhin sagte, oh, der Ort hat irgendwie eine zentrale Wirkung. Ja, also mir ging das immer so beim Bahnfahren, da hängt ja eine Deutschlandkarte aus, die auch eine gute Schummerung hat und da hat man auch den Vogelberg im Zentrum Deutschlands, wo man richtig merkt, das ist so richtig das Zentrum. Und dann heißt es auch noch Vogelberg, eben Feuerstätte, Brennpunkt. Da lohnt es sich, nach Landschaftszentren zu gucken. Ihr könnt also eine solche Folie nehmen und einfach mal damit rumspielen, sie auf der Karte herumwandern lassen. Und wenn ich dann hier zum Beispiel, wo ich weiß, wo ein solches Landschaftszentrum ist, in Wasserburg so etwas auflege, da merke ich, dass das sind jetzt reine empirische, ermittelte Ringe, wie so stehende Wellen, dass entlang von solchen stehenden Wellen sich durchaus auch die Kirchen und Kultstätten häufen. Auf dieser Karte habe ich das damals mal auch erarbeitet gehabt. Das ist am Rhein gelegen in der Nähe von Düsseldorf. Und wenn ich jetzt auf dieses vermutete Landschaftszentrum hier meine Schablone drauflege, dann sieht man, dass entlang dieser Ausstrahlradien, dieser Ringe, die Kirchen, die ich hier bereits markiert habe, häufen. Das ist eine Signatur, dass es tatsächlich um ein solches Landschaftszentrum handelt. Und natürlich die Schablone, wenn man so will, schlechthin ist natürlich ein Lineal. Gerade für lineare Phänomene, für Leylines, Drachenlinien und dergleichen mehr. Ein Lineal und bitte nicht so ein kleines Schullinial, sondern wie ihr seht, ich arbeite hier gerne mit einem 1-Meter-Lineal. Mit diesem 1-Meter-Lineal komme ich schon fast in der Karten-Diagonale einmal durch und muss dann nicht absetzen und rumschieben und kann das also hier auf die Karte legen, wo ich vorher im Vorfeld Kirchen zum Beispiel gefunden habe, wo vielleicht Drachennamen auftauchten, Leylines haben häufig mit dem Drachen zu tun und ähnliche Geschichten. Dann kann ich das hier mal anlegen und mal überprüfen, ob diese Kirchen, Kultstätten etc. tatsächlich auch auf einer Linie sind. Und natürlich darf man da auch schon mal mit Bleistift eine Linie ziehen, die wir dann nachher überprüfen können.